Liebe Schwestern und Brüder in der Presbytery of Gisenyi, als 2019 eine Gruppe aus Ruanda hier zu uns nach Deutschland kam, damit wir zusammen am Kirchentag in Dortmund teilnehmen konnten, haben wir als kleines Geschenk Taschen bedrucken lassen. Auf diesen Taschen stand ein Wort aus dem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Galatien. Da stand auf Deutsch und Kenyagwanda, einer trage des anderen Last, Mwachirane ibi bari merera. Für uns war das damals eine nette Idee, weil wir dachten, dass man mit so einer Tasche kleine Lasten trägt, schwere Dinge, die man in eine Einkaufstasche packt und nach Hause trägt. Wir haben nicht geahnt, welche großen Lasten wir in den kommenden Jahren würden tragen müssen. Aber wir sind schon in den letzten Jahren mit der verbundenen T видели, dass sie den Menschen halten können. Wir sind einfach hier in der Gesellschaft, die sie alle tun, wie sie die Menschen dafür attraktivieren. Und die sie in den Jahren unterhalten werden müssen. Wir hatten damals eine sehr gute Zeit zusammen und haben große Pläne gemacht. Im nächsten Jahr 2020 wollte eine Gruppe von uns nach Ruanda reisen und wir wollten zusammen Musik machen, Gottesdienste feiern und euer schönes Land kennenlernen. Aber dann kam Covid-19, ein kleiner Virus, der unsere Welt verändert hat. Wir mussten unsere Kirchen und Schulen schließen und wir haben weltweit viel Leid, Not und Tod erlebt. Liebe Menschen sind an der Krankheit gestorben. Außerdem gab es Überschwemmungen 2020 in Gisenyi und 2021 in Hattingen und Witten. Ihr habt einen Vulkanausbruch und ein Erdbeben erlebt. Wir mussten in den letzten zwei Jahren viele Lasten tragen, die viel schwerer waren, als alles, was man in so eine Tasche packen kann. Wir mussten in den letzten zwei Jahren nicht existieren. Wir mussten in den letzten zwei Jahren nicht das whoever habe. Wir mussten in den letzten zwei Jahren nicht mehr, also haben wir uns oder die Tagen nicht mehrmals verleten. Wir mussten in den letzten zwei Jahren nicht mehr weiter. Wir konnten uns nicht besuchen, aber wir haben uns ganz viele Nachrichten geschrieben. Präsident Joseph hat sogar per Video an unserer Synode teilgenommen und ein Grußwort gesprochen. Wir haben ganz oft füreinander gebetet und füreinander Spenden gesammelt. Mit ganz großer Dankbarkeit haben wir erfahren, dass ihr uns über die VEM für die Flutopfer gespendet habt. Das hat uns sehr berührt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben gemeinsam viele Lasten getragen. Und an diesem Sonntag feiern wir gemeinsam Gottesdienst, auch wenn 8000 Kilometer zwischen uns liegen. Im Glauben an Jesus Christus sind wir ganz eng verbunden und wir danken Gott, dass es euch gibt und dass wir eure Partner sein dürfen. Wir beten, dass er euch behüten möge und wir hoffen, dass wir uns eines Tages besuchen können. Bis dahin sind wir im Herzen miteinander verbunden. Gott segne euch. 1 2 5 5 5 5 6 6 Aber dann werden wir hier noch nicht sehen. Es ist ein Geheimnis, das ist ein Geheimnis. Das hat nun ein Geheimnis.